Hallo liebe Fußballfreunde, Thema Kaiserslautern. 3. Liga 2019-2020 Kaiserslautern gegen FC Ingolstadt 04 Entgebnis 0 zu 0 Startelf Kaiserslautern Grille, Schatz, Schicknickirch, Martvila, Hescherch, Bachmann, Himmlein Kulvetter, Starke, Piktile Startelf Ingolstadt Boutique, Kunwitz, Kunwink, Paulsen, Kailer, Klaus, Kausi, Pinkis, Meister, Voltform Kuschke, Ja, das war's von Kaiserslautern gegen Ingolstadt 0 Uhr 23 10 10 10